Ein kleiner EPU, der fühlte sich so frei. Er surfte im Internet, da waren's plötzlich zwei. Zwei kleine EPUs bekamen Post von Kai. Auf Facebook traf er sie, jetzt waren sie schon drei. Drei kleine EPUs suchten ein Klavier. Sie fanden eins in Günthers Blog und waren dann schon vier. Vier kleine EPUs, die wollten vorwärts gehen. Auf YouTube war ihr Video, da waren's plötzlich zehn. Zehn kleine EPUs, die wurden jetzt bewundert. Bekamen Likes auf Instagram und schon waren's hundert. Hundert kleine EPUs.